Kapitel 16 zur Diskussion Das, was wir bisher gefunden haben, ermöglicht diverse Schlussfolgerungen über die Zukunft Israels und die Entstehung des Neo-Selokiden-Reichs. Es sind Ableitungen aus den jeweiligen prophetischen Texten, die im folgenden Kapitel zur Diskussion gestellt werden sollen. Immer wenn Jerusalem belagert wurde, haben die Könige und Propheten von Schwangerschaft, von Geburtswehen und von Geburt geweissagt. Die erste in der Bibel erwähnte Belagerung Jerusalems fand unter Ahas im Jahr 733 v. Chr. statt, die zweite unter Hiskia im Jahr 701 v. Chr. und die letzte zur Zeit Jeremias im Jahr 586 v. Chr. Zur Zeit des Königs Ahas gab es eine besondere politische Konstellation. Das Nordreich Israel hatte sich mit Syrien gegen Judah und Jerusalem verschworen. Im jetzt folgenden Kapitel schauen wir uns an, wie diese Koalition zwischen Israel und Syrien gegen das Südreich zustande kam und was daraus abgeleitet werden kann. Und es begab sich zur Zeit Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs in Judah, zog herauf Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, gegen Jerusalem, gegen dasselbe zu streiten, konnten es aber nicht gewinnen. Da ward dem Hause David angesagt, die Syrer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn Seah-Jasub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teichs, am Wege beim Acker des Waldmüllers, und sprich zu ihm, hüte dich und sei still. Fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem Zorn Rezins und der Syrer und des Sohnes Remaljas, dass die Syrer wieder dich einen bösen Ratschlag gemacht haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinauf nach Judah und es erschrecken und hineinbrechen und zum König darin machen, den Sohn Tabeels. Denn also spricht der Herr Herr, es soll nicht bestehen, noch also gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus sein. Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so soll der Sohn Remaljas das Haupt zu Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Die folgenden Personen werden im Text erwähnt und sind zum Verständnis des Textes und der historischen Situation von Bedeutung. Rezin, der König von Syrien. Ahas, der Sohn Jothams, des Sohnes Usias, der König Judas. Tabeel oder auch Tabeal war möglicherweise ein Transjordanier. Sein Name bedeutet Taugenichts, eine Verballhornung des Namens Tabeel, der bedeutet Gott ist gut. Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, war der Nachfolger Pekachjas und ein hoher Militär. Pekach tötete Pekachja mit 50 Gileaditern und usurpierte Israel. Er könnte zunächst mehr oder weniger eigenmächtig in Gilead regiert haben, bevor er seinen König ermordete, sonst passen die in der Bibel angegebenen Regierungsjahre nicht überein. Pekach benannte sich nach seinem König, ohne aber die auf Gott hinweisende Endsilbe Ja zu verwenden, weil er ein gottloser Mensch war. Pekach wird in Jesaja als Zeichen der Verachtung immer nur Sohn Remaljas genannt, also nicht mit eigenem Namen. Sobald Pekach König war, schloss er eine Koalition mit Syrien und war es grubellos genug, gemeinsam mit Syrien gegen Judah und Jerusalem zu opponieren. Wie aber kam es dazu, dass das Nordreich Israel sich mit Syrien verbündete und was hat das mit der Endzeit zu tun? Kapitel 16.1 Die historische Situation zur Zeit des Ahas Als syrisch-ephraimitischer Krieg wird ein um 733 v. Chr. geführter Krieg der Staaten Damaskus und Israel gegen das mit Assyrien verbündete Judah bezeichnet, der mit dem Sieg Judas und damit auch Assyriens endete. Im Jahr 745 v. Chr. kam in Assyrien Tiglat-Pileser III. auf den Thron. Mit ihm begann eine neue Periode in der Expansionspolitik Assurs. Nachdem schon Salmanasser III. von 858 bis 824 mehrere Kriegszüge nach Palästina-Syrien unternommen hatte, auf denen er von den besiegten Völkern Tribut einforderte, verfolgte Tiglat-Pileser III. von 745 bis 726 das Ziel, dort dauerhaft Fuß zu fassen. Von 740 bis 738 v. Chr. unternahm Tiglat-Pileser einen Feldzug gegen Syrien und Palästina. Im Zuge der Kampfhandlungen eroberte er die Stadt Hamad und machte sich mehrere Kleinstaaten tributpflichtig. Auch der israelische König Menachem unterwarf sich dem Assyrier-König und leistet die hohe Tributzahlung von 1000 Talenten Silber. 2. Könige 15 Vers 17 bis 20 Eine tiefgreifende Veränderung vollzog sich, als Tiglat-Pileser III. im Jahr 734 v. Chr. den Philisterstaat Gaza unterwarf. Bereits 733 v. Chr. kam es zu einem Bündnis einer Reihe syrisch-palästinensischer Kleinstaaten, an der unter anderem König Rezin von Aram, König Hiram II. von Tyros und König Pekach von Israel beteiligt waren. Diese Allianz übte enormen Druck auf das Südreich Judah unter König Ahas aus, der dem anti-asyrischen Bündnis ebenfalls beitreten sollte. Allerdings verweigerte Ahas jegliche militärische Intervention. Darauf versuchten Rezin von Damaskus und Pekach von Israel, Ahas abzusetzen, einen Aramäer, also einen Syrer, Anmerkung des Autors, auf den jüdischen Thron zu bringen und Judah so zum Bündnis zu zwingen. Gegen die Warnung des Propheten Jesaja verband sich Ahas mit dem assyrischen König und bat ihn, gegen Israel und Damaskus einzuschreiten. Bereits 733 vor Christus ging Tiglat-Pileser III. auch gegen Israel vor und eroberte ganz Galiläa und das Ostjordanland. Die eroberten Gebiete teilte er in drei Provinzen, Dor, Megiddo und Gilead und unterstellte sie assyrischen Stadthaltern. 2. Könige 15, Vers 29 König Pekach von Israel war sofort nach seiner Niederlage einem Anschlag Hoscheas zum Opfer gefallen. Dieser Hoschea hatte sich sofort König Tiglat-Pileser III. unterworfen. So wurde er von diesem als Vasallenkönig anerkannt und konnte einen Rumpfstaat des ehemaligen Israel retten. Ihm verblieben das Gebirge Ephraim und der Stadtstaat Samaria. 732 vor Christus eroberte Tiglat-Pileser III. Damaskus und machte das ganze Aramea-Gebiet zu assyrischen Provinzen. Ergebnis des Krieges war also, dass Tiglat-Pileser III. nunmehr das gesamte Gebiet von Syrien-Palästina beherrschte. Die ehemals selbstständigen Staaten hatte er, wie zum Beispiel Damaskus und den Nordteil von Israel, als Provinzen seinem Reich eingegliedert oder aber, wie Judah und der Reststaat Israel, als Tributzahlende Vasallenstaaten von ihm abhängig gemacht. Quelle Wikipedia Syrisch-Ephraimitischer Krieg Abfragedatum 19.12.2017 Soweit die historische Situation. Jetzt brauchen wir noch ein paar Infos zu Pekachja und seinem Nachfolger Pekach, der aus Gilead stammte, dem Gebiet, in dem rund 700 Jahre später die Dekapolis entstehen würde. Kapitel 16.2 Pekachja und Pekach Pekach heißt hebräisch, er, Gott, hat geöffnet, nämlich seine Augen, zum Beispiel Aufmerksamkeit geschenkt. Er war der Sohn Remaljas, König von Israel, von 735 bis 732 v. Chr. siehe auch 2. Könige 15 für 27 bis 32. In den Inschriften von Tiglath-Pileser III. erscheint sein Name in der Form Pakkaha. Es wird gesagt, dass Pekach, der Schallisch, also offenbar der Heerführer hohen Ranges von Pekachja, dem Sohn von Menachem war, und dass er sich gegen seinen königlichen Herrn in Samaria mit Hilfe von 50 Männern der Gileaditer verschwor und ihn tötete und an seiner Stadt regierte. 2. Könige 15, Vers 25 Die Aussage in der Bibel, dass Pekach 20 Jahre lang regierte, 2. Könige 15, Vers 27, kann kaum akzeptiert werden, da er 732 v. Chr. von Hosea, Sohn von Ela, 2. Könige 15, Vers 30, getötet wurde, während Menachem, Sohn des Gadi, noch 738 oder frühestens 743 in Tiglath-Pileser III. in Schriften als König von Samaria erwähnt wird. Aus diesem Grunddenken einige Gelehrte, dass Pekachs Herrschaft in Gilead sich für eine gewisse Weise mit der Herrschaft der Könige in Samaria überschnitt und er den Thron in Samarien erst 736, höchstwahrscheinlich mit Hilfe von Rezin, König von Aram, bestieg. Sowohl aus den biblischen Quellen als auch aus den assyrischen Dokumenten geht hervor, dass das militärische und politische Bündnis Pekachs und Rezins einerseits gegen Judah und andererseits gegen Assyrien wirkte. Der stärkere Partner im Bündnis war Rezin, dessen Hilfe Pekach offensichtlich gegen Rivalen auf seinem Thron brauchte. Gemäß 2. Könige 15, Vers 37 griffen Pekach und Rezin zuerst Judah in der Regierungszeit Jothams an und setzten den Krieg in der Herrschaft Ahas fort. 2. Könige 16 und 2. Chronik 28 Nach Meinung der meisten Kommentatoren war der Anlass für den Krieg ein Versuch von Aram und Israel, Ahas zu zwingen, sich einer anti-assyrischen Allianz anzuschließen, die von Aram Damaskus angeführt und von Ägypten unterstützt sein sollte. Die Armeen von Aram und Israel fielen in Judah ein. 2. Chronik 28, Vers 5 bis 15 und belagerten Jerusalem. 2. Könige 16, Vers 5 und Jesaja 7, Vers 2 Die Alliierten beabsichtigten, das Königreich Judah dem Königreich Israel einzuverleiben, die Davidische Dynastie abzusetzen und als König in Jerusalem einen gewissen Sohn von Tabeel, möglicherweise ein Transjordanier und Vorfahre der Tobiaden zu installieren. Aber der Verlauf der Ereignisse wurde durch das Erscheinen von Tiglat-Pileser dem Dritten in Südsyrien und Palästina völlig verändert. 734 v. Chr. unternahmen die asyrischen Armeen eine Expedition gegen Philistäa entlang der phönizischen Küste und es ist möglich, dass Tiglat-Pileser III. während seines Feldzugs die Küstenregion, das Dorgebiet und die Sharonregion vom Königreich Israel trennte. 733 v. Chr. belagerte die asyrische Armee Damaskus, eroberte gleichzeitig den Norden Transjordaniens Gilead und Galiläa und deportierte die Bevölkerung dieser Gebiete nach Assyrien. 2. Könige 15 Vers 29 Tiglat-Pileser III. erwähnt in seinen Annalen die Gefangennahme von Ramoth, Gilead und Städten in Galiläa und die Deportation ihrer Bevölkerungen. Im folgenden Jahr, 732 v. Chr. drangen die asyrischen Armeen offenbar in das Gebirge Ephraim ein und drohten, die Hauptstadt Samaria einzunehmen. Nach der biblischen Erzählung hatte sich Hosea, der Sohn des Ela, gegen Pekach verschworen und den Thron an sich gerissen. 2. Könige 15 Vers 30 Pekachs Politik, im Gegensatz zu der von Menachem und seinem Sohn Pekachja, die offenbar Treue zu Assyrien hielten, hatte schwerwiegende Folgen für das Königreich Israel und markierte den Beginn des Prozesses, der etwa ein Jahrzehnt später in Samaria kulminierte. Die fruchtbarsten Gebiete des Königreichs wurden von den Assyrern erobert und in die asyrischen Provinzen Gilead, Megiddo und Dor umgewandelt. Vergleiche Jesaja 8, Vers 23 Quelle jewishvirtuellibrary.org slash Pekach Abfragedatum 12.12.2017 Pekach hatte Pekachja ermordet, Israel usurpiert, sich mit Syrien verbündet und das Nordreich Israel gegen Judah gehetzt. In 2. Chronik 28 steht, dass er an einem Tag 120.000 Judäer schlug, 200.000 jüdische Frauen, Söhne und Töchter gefangen nahm und nach Israel wegführte. Als der Prophet Odet mahnte, dass die Ephraimiter die Judäer wieder freigeben sollten, schlug ihr Gewissen. Vier maßgebliche ephraimitische Führer Asaya, Berechja, Jehiskia und Amasa entschieden, die Judäer ehrenvoll wieder zurückzuführen. Vermutlich konnte das Pekach aufgrund seiner politisch noch schwachen Stellung nicht verhindern. Kapitel 16.3 Die Dekapolis unter der Lupe Oben haben wir gesehen, dass die Zehen im Standbild Nebukadnezars die historische Dekapolis bzw. endzeitliche Wiederherstellung versinnbildlichen. Dadurch ergibt sich folgende Reihenfolge der Weltreiche Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große und die vier Diadochen. Dann folgt ein zeitlicher Sprung in die Endzeit. Die beiden Füße stehen für die Neo-Selokiden und die Neoptolemäa und die Zehen für die Neo-Dekapolis. Die historische Dekapolis war in der Antike die letzte verbleibende politische Struktur, die vom ehemals großen Selo-Kiden-Reich übrig blieb. Der Verfall des Selo-Kiden-Reichs ging in Phasen vor sich. Zuerst gingen die östlich an Indien grenzenden Reichsgebiete verloren. Danach reduzierte sich das Reich um Gebiete in der Türkei und Nordsyriens auf das Kernland Syrien. Schließlich wurde Syrien 63 vor Christus zur römischen Provinz degradiert und dem römischen Reich einverleibt. Am Ende blieb aus der großen griechisch-selo-Kidischen Epoche nur noch die Dekapolis übrig. Wann genau sich die Städte zu diesem Zehnerbündnis zusammengeschlossen haben, verliert sich im Nebel der Geschichte. Auch die zu ihr gehörenden Städte werden unterschiedlich angegeben. Zur Zeit Jesu hatte sich der Oberbegriff Dekapolis zehn Städte manifestiert, der unter anderem in der Bibel dreimal erwähnt wird. Gegen Ende der Dekapolis waren es bis zu 14 Städte, bis sich der Städtebund im zweiten Jahrhundert nach Christus schließlich ganz auflöste. Auffallend ist, dass Damaskus von manchen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt wird, von anderen aber nicht. Um die der Dekapolis zugehörigen Städte zu bestimmen, verfügen wir nur über äußerst wenige Quellen. Überdies war der Bund sicherlich einer gewissen Dynamik unterworfen, sodass Städte dazukamen oder sich auch wieder trennten. Die wichtigste Quelle für die Existenz der Dekapolis ist die Bibel selbst. Allerdings zählt sie nicht die Städte auf, die zu ihr gehörten, sondern beschreibt die Dekapolis lediglich als Region, die Jesus zu Lebzeiten betreten hatte. Weitere Erwähnungen der Städte findet man bei Plinius dem Älteren, bei Ptolemaios, bei Stephanus von Byzanz und bei Flavius Josephus. Die einzelnen Theorien sämtlich aufzulisten führt zu weit, aber die Auflistung der Städte soll hier doch Erwähnung finden. Die älteste Aufzählung findet sich in der Naturgeschichte Plinius des Älteren, der im Jahr 79 nach Christus verstarb. Danach handelt es sich um folgende Gadara, Gerasa, Hippos, Kanata, Pella, Raffana, Philadelphia, früher Rabat Amon, Hauptstadt von Amon, heute Amman, Hauptstadt von Jordanien und Scytopolis, das heutige Betchean. Ptolemäus hingegen erwähnt in seiner Geografie außerdem die Stadt Lysanias. Im 6. Jahrhundert nach Christus schließlich listet Stephanus von Byzanz 14 Städte, als Hörig auf. Bei Josephus findet man etwas Interessantes. Er erwähnt zwar in seinen Texten die Dekapolis nur am Rande und er listet ihre Städte nicht im Einzelnen auf. Er schreibt aber, dass Scytopolis die größte der Dekapolis Städte gewesen sei. Damaskus war aber damals deutlich größer als Scytopolis. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass zumindest Josephus Damaskus nicht zur Dekapolis zählte. Eine weitere Auffälligkeit ist die große Entfernung, in der Damaskus zu den übrigen Orten der Dekapolis lag, sodass eine Hereinziehung von Damaskus auffallend, weil ungewöhnlich ist. Dennoch lässt sich Damaskus laut der hier zitierten Quelle gegenüber den bestimmenden Angaben des Plinius und des Ptolemäus nicht so einfach aus der Dekapolis ausscheiden. Auch der Stuttgarter Bibelatlas listet die Städte der Dekapolis unter Auslassung von Damaskus auf, dies allerdings mit der Anmerkung, dass Damaskus zeitweise dem Dekapolis Bund zugehörig war. Wir sehen also, dass Damaskus von einigen Historikern zur Dekapolis hinzugezählt wurde, von anderen hingegen nicht. Der naheliegendste Grund für die unterschiedliche Listung mag in dem durchaus dynamischen Prozess bei der Zugehörigkeit einiger Städte zur Dekapolis zu finden sein, was in Anbetracht der langen Zeiträume nichts Ungewöhnliches sein dürfte. Kapitel 16.4 Das Neo-Seloikiden-Reich und seine Entstehung Unterstellt man, dass die Weltreiche am Ende der Gemeindezeit laut Offenbarung 13 in umgekehrter Reihenfolge wieder entstehen werden, was tatsächlich eine Vermutung ist, und dies in Verbindung mit den vorgenannten historischen Determinanten bringt, lässt diese Sichtweise durchaus zu, den Ablauf der biblisch vorhergesagten Entstehung des Neo-Seloikiden-Reichs in der Endzeit wie folgt zu skizzieren. Es beginnt zunächst sehr unscheinbar mit einem Zusammenfinden eines Städtebundes, mehr oder weniger im Ostjordanland, der Neo-Dekapolis. Diese Neo-Dekapolis schließt bald darauf ein Bündnis mit Syrien. Dadurch werden die Städte der Neo-Dekapolis um eine Elfte ergänzt, Damaskus. Das ist das eine Hörn, das zwischen zehn anderen Hörnern auftaucht, wie Daniel 7 berichtet. Damaskus erstarkt und übernimmt später die Führungsrolle der Koalition. Syrien weitet seinen Einfluss nach Norden und Osten aus und verleiht sich zusätzliche Gebiete und Staaten ein, aber es wächst im Norden nicht bis zur Größe des antiken Seleukidenreiches heran. Schließlich weitet es sich nach Süden aus und erobert neben Israel auch Ägypten, Libyen und Äthiopien. Daniel 11 Was genau die Entstehung eines solchen neuen Seleukidenreichs ermöglicht und welche politischen Konstellationen dem vorausgehen müssen, ist heute nicht abzusehen. Es macht meines Erachtens auch keinen Sinn, sich an gegenwärtigen politischen Strukturen zu orientieren, da diese sich schnell ändern können und letztendlich doch die Vorgaben der Bibel in Erfüllung gehen müssen. Es ist daher wichtiger, die Strukturen zu kennen, die die Bibel selbst vorgibt, um eines Tages erkennen zu können, ob und wie sich die politischen Strukturen im Nahen Osten den Vorgaben der Bibel annähern. Deshalb möchte ich die Analyse der biblischen Texte einer Analyse der gegenwärtigen politischen Situation im Nahen Osten bewusst den Vorzug geben. Die theologisch endzeitliche Vorhersage zeigt ein Tier, bestehend aus den Neo-Selochiden und der Neo-Dekapolis. Die Neo-Dekapolis herrscht zuerst, sie überträgt dann aber ihre Macht an Damaskus, das die Führung der Koalition übernimmt. Interessant in dem Zusammenhang sind zwei Dinge. Die Geschichte läuft aller Wahrscheinlichkeit rückwärts, bis zu antiken biblischen Strukturen zurück und der Beginn dieser Rückwärtsbewegung startet mit dem endzeitlichen Entstehen der Neo-Dekapolis. Eigentlich können wir sagen, dass in der Endzeit das Standbild Daniels erneut aufgerichtet wird, beginnend bei den Zehen und dann hinauf bis zum Haupt, also in umgekehrter Richtung. Das antike Seleukidenreich verlor nach dem Höhepunkt seiner Macht zuerst die östlichen Gebiete in Richtung Indien, dann die nördlich von Syrien gelegenen Gebiete, bis es sich schließlich auf das Kerngebiet Syriens und Transjordaniens reduzierte. Im Jahr 63 vor Christus wurde Syrien zu einer römischen Provinz degradiert. Im ersten Jahrhundert nach Christus und einige Zeit darüber hinaus blieb als letzte politische Struktur aus der Seleukidenzeit nur noch die Dekapolis übrig. Am Ende der Gemeindezeit geht diese Bewegung wieder rückwärts und führt von einer kleinen Dekapolis bis zum großen Seleukidenreich. Das würde erklären, warum in Jesaja 7 für die Endzeit, denn davon redet diese Stelle, eine Eroberung durch Assyrien angekündigt wird. Jesaja 7, Vers 17 folgende Aber der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind, seit der Zeit, da Ephraim von Judah geschieden ist, durch den König von Assyrien. Denn zu der Zeit wird der Herr zischen der Fliege am Ende der Wasser in Ägypten und der Biene im Lande Assur, dass sie kommen und alle sich legen an die trockenen Bäche und in die Steinklüfte und in alle Hecken und in alle Büsche. Zu derselben Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare an den Füßen abscheren und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser, nämlich durch die, so jenseits des Stromes sind, durch den König von Assyrien. Natürlich ist das zunächst lediglich als Prophetie für die damalige Zeit zu verstehen. Jesaja 8 hingegen bringt die Invasion Assyriens sehr eng mit dem Immanuel in Verbindung. Jesaja 8, Vers 6 folgende Weil dies Volk verachtet das Wasser zu Siloa, das Stille geht und tröstet sich des Rezin und des Sohnes Remaljas, siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen starke und viele Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit, dass sie über alle ihre Bäche fahren und über alle Ufer gehen und werden einreisen in Judah und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen und werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Immanuel ist aber ein deutlicher Hinweis auf den Wiedergeborenen Überrest in der Endzeit. Denn die Geburt Immanuels war nicht für die Zeit Jesajas vorhergesagt, sondern ist eine Vorhersage auf die Geburt Christi als eine erste Teilerfüllung und für die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit, als Vollerfüllung, wie wir oben gesehen haben. Wenn aber der endzeitliche Überrest der Immanuel und Assyrien im Text in so enge Verbindung gestellt werden, könnte Jesaja damit durchaus für die Endzeit ein neues Assyrien, hier im Buch als Neo-Assyrien benannt, vorhergesagt haben. Und auch die Geburt und Namensgebung des zweiten Sohnes Jesajas steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Assyrien und ist ebenfalls als eine Vorausschau auf die Endzeit zu deuten. Jesaja 8, Vers 1 folgende Und der Herr sprach zu mir, Nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel, Raube bald, Eilebeute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zacharja, den Sohn des Iberechias. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, Nenne ihn Raube bald Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, Lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht aus Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Auch diese Verse deuten also auf ein in der Endzeit wieder vorhandenes assyrisches Reich hin, das der Könige östlich des Euphrates. Offenbarung 16, Vers 12 Zur Zeit des Königs Ahas war die politische Konstellation also so, dass Syrien und Ephraim Judah aufgefordert haben, ihrer Koalition beizutreten, um sich gegen den König von Assyrien und dessen Expansionspolitik in Richtung Süden zu stellen. Als Judah dies ablehnt, wenden sich Syrien und Ephraim gegen Judah und gegen Jerusalem, um Jerusalem zu erobern und dort einen ingenehmen König, den Sohn Tabeels einzusetzen, der ihnen im Kampf gegen die Assyrer zu Diensten sein soll. Es scheint so, als ob Rezin und Pekach sich Jerusalem genauso einverleiben wollten, wie Pekach das einige Jahre vorher im Norden Israels mit seinem König Pekach ja getan hat. Schlussendlich aber überrannte Assyrien sowohl Syrien und seinen Koalitionspartner Ephraim als auch Judah. Eben das ist in der Endzeit auch zu erwarten. Damit stellt sich jetzt die Frage, wie sich die Neoseleukiden in der Endzeit aus den Zehn Hörnern respektive aus Syrien entwickeln. Daniel schreibt hierzu in Daniel 7, Vers 8, Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn, vor welchen der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden, und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Daniel schreibt also, dass zwischen den zehn Hörnern des Endzeitiers ein anderes, kleines Horn hervorbricht. Dies könnte durchaus ein Hinweis auf Damaskus sein, und so würde verständlich werden, warum Damaskus als Hauptstadt Syriens einmal zu den Städten der Dekapolis gerechnet wird und ein andermal nicht. Denn Damaskus war zeitweise ein Teil der Dekapolis und könnte dies wahrscheinlich in der Endzeit wieder sein. Damaskus war zur Zeit des Ahas auch mächtiger als die Dekapolis, so schreibt Daniel in Daniel 7, Vers 20b, Und das Horn hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer, denn die neben ihm waren. Dieses kleine Horn ist auch ganz anders als die anderen zehn Hörner, vielleicht weil es aus Syrien stammt und nicht aus Transjordanien. Daniel 7, Vers 24, Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus dem Reich entstehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein, denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. Vergleiche hierzu auch Offenbarung 17, Vers 12, Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeitmacht empfangen mit dem Tier. Dieses kleine Horn wird schnell ein großes Horn werden, denn es herrscht bis ans Ende, was in Daniel 7, Vers 25 durch die Zeitangabe eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit angedeutet wird. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verstören und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Zur Zeit des Königs Ahas herrschte Assyrien unabhängig und als Gegner Syriens und Ephraems. Und Daniel zeichnet für die Endzeit eine politische Konstellation, in der ein kleines, andersartiges Horn zwischen den zehn Hörnern der Neodecapolis hervorbricht und schnell zu einem großen Horn heranwächst, dessen Reich bis zum Kommen Christi andauert. In der Endzeit werden also diese beiden Reiche wieder kommen, ein neo-seleukitisches und ein assyrisches Reich, denn diese beiden stehen sich am Ende der 70. Jahrwoche in Hamageddon gegenüber. Dazu später mehr. Daniel sagt folgerichtig, dass dieses kleine Horn bis in die letzte Zeit herrscht, seine Gewalt dann aber weggenommen und er umgebracht wird. Daniel 7, 26 Danach, also nach dreieinhalb Jahren, das kleine Horn herrscht also bis zum Endgericht, wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrund vertilgt und umgebracht werde. Danach wird das Reich dann Jesus Christus und seiner Gemeinde für alle Zeit übereignet werden. Vers 27 Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, das Reich ewig ist. Und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Sollte das alles so sein wie jetzt beschrieben, könnten wir Daniel 7 wie folgt deuten. Im ersten Jahr Belsatzers des Königs zu Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und verfasste ihn also. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel stürmten wieder einander auf dem großen Meer. Und vier große Tiere stiegen heraus aus dem Meer, ein jedes anders denn das andere. Aus dem aufgewühlten Völkermeer stehen vier große Weltreicher auf. Babylon, Medopersien, das Reich Alexanders des Großen und die Diadochen. Alle diese werden in der Endzeit zusammengefasst in dem großen endzeitlichen Neo-Selokiden-Reich. Und östlich des Euphrates warten die Könige vom Osten. Das erste wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis das ihm die Flügel ausgerauft wurden und es ward von der Erde aufgehoben und es stand auf zwei Füßen wie ein Mensch und ihm ward ein menschliches Herz gegeben. Das ist Babylon. Und siehe, das andere Tier hernach war gleich einem Bären und stand auf der einen Seite und hat in seinem Maul unter seinen Zähnen drei große, lange Zähne. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Das ist Medopersien. Nach diesem sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Pader, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm ward Gewalt gegeben. Das ist das Reich Alexanders des Großen. Nach diesem sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, das vierte Tier war gräulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte und das Übrige zertrat mit seinen Füßen. Es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn Hörner. Zwischen Vers 6 und Vers 7 befindet sich ein Zeitsprung von vielen Jahrhunderten. Vers 6 redet noch von der Antike, Vers 7 nun von der Endzeit. Dies ist das Tier, das lediglich zehn Hörner hat, während die sieben Häupter im Buch Daniel noch verschwiegen werden. Davon redet erst Johannes in der Offenbarung. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn, vor welchen der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Das kleine Horn ist Damaskus, die Hauptstadt Syriens. Die Augen, die wie Menschenaugen aussehen, erinnern an den babylonischen Löwen, der auf zwei Füßen stand wie ein Mensch und dem ein menschliches Herz gegeben wurde. Nebukadnezar hat sich sehr wahrscheinlich zu dem Gott Daniels bekehrt. Die Bibel beschreibt uns eine deutliche Hinwendung Nebukadnezars zu Gott, den er als den alleinigen Gott verehrt. Wenn das kleine Horn aber Augen hat wie Menschenaugen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass das kleine Horn sehr gottgläubig oder religiös scheinen wird und auch deswegen viele verführt. Solche sah ich, bis das Stühle gesetzt wurden und der Alte setzte sich. Das Kleid war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Sein Stuhl war eitel Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Und vor ihm herging ein langer feuriger Strahl. Tausend mal tausend dienten ihm und zehntausend mal zehntausend standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Das ist Gott der Vater. Ich sah zu, um der großen Reden willen, so das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen ward. Und der anderen Tiere Gewalt auch aus war, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches wehren sollte. Das ist das Endzeitreich unter der Herrschaft Syriens bzw. das wiedererstehende Neoseleukidenreich. Es reicht bis in die allerletzte Endzeit. Die anderen Tiere sind Babylon, Medopersin und das Reich Alexanders des Großen, die sinnbildlich alle zusammengeführt werden in dem letzten großen Neoseleukidenreich. Ihr Ende ist ebenfalls auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in diesem Besicht des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschensohn bis zu dem Alten und ward vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht und sein Königreich hat kein Ende. Das ist Christus, der Menschensohn. Ich, Daniel, entsetzte mich davor und solches Gesicht erschreckte mich und ich ging zu der einem, die dastanden und bat ihn, dass er mir von dem allen Gewissen Bericht gäbe. Und er redete mit mir und zeigte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. Das ist Babylon, Medopersien, das Reich Alexanders des Großen und die Neoseleukiden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es immer und ewiglich besitzen. Der Engel tröstet uns mit einem Hinweis auf die Enderfüllung. Danach hätte ich gerne gewusst gewissen Bericht von dem vierten Tier, welches gar anders war, denn die anderen alle, sehr gräulich, dass eiserne Zähne und ehrende Klauen hatte, das um sich fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Das sind die Neoseleukiden. Eisen und Bronze sind Sinnbilder auf die Diadochen und Alexander den Großen. Und von den zehn Hörnern auf seinem Haupt und von dem anderen, das hervorbrach, vor welchem drei abfielen. Und das Horn hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer, denn die neben ihm waren. Die zehn Hörner stehen für die Neodecapolis. Zwischen ihnen bricht ein anderes Horn, Damaskus, hervor. Dieses Horn ist im Vergleich zu anderen Weltreichen zunächst klein, wenn auch größer als die zehn Hörner neben ihm, wächst aber in kürzester Zeit zur Neodecapolis heran. Es wird vom kleinen Horn zum großen Horn. Und ich sah das Horn streiten wieder die Heiligen und es behielt den Sieg wieder sie. Dieses Horn wird wieder die Heiligen in Jerusalem streiten. Es wird Jerusalem belagern, besiegen und in die Stadt brechen. Es wird die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, töten. Das ist der gewichtige Inhalt, den dieser kurze Halbsatz enthält. In der Johannes-Offenbarung wird dieses Tier um die sieben Häupter ergänzt und vervollständigt. Ein Hinweis auf die Neo-Selokiden. Das kleine Horn ist, um mit Johannes zu sprechen, der achte Selokiden-König. Bis der Alte kam und Gericht hielt für die Heiligen des Höchsten und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich einnahmen. Am Ende hält Gott Gericht für seine Heiligen. Das sind alle wiedergeborenen Christen. Im engeren Text sind aber insbesondere die beiden Zeugen, die ihr Leben für Jesus Christus ließen. Er sprach also, das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein, welches wird gar anders sein denn alle Reiche. Es wird alle Lande fressen, zertreten und zermalmen. Das ist das große endzeitliche Neo-Selokiden-Reich, das auch Ägypten, Libyen und Äthiopien besiegt und erobert, siehe Daniel 11. Es erstreckt sich also über den südwestlichen Teil des historischen Selokiden-Reichs, inklusive Ägypten, Äthiopien und Libyen und wahrscheinlich nach Westen bis Griechenland, nämlich die westlichen Teile von Alexanders Reich. Es wird anders sein, weil es in der Endzeit weitaus größere technische und wirtschaftliche Fähigkeiten haben wird als seine antiken Vorgänger. Die Zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus dem Reich entstehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. Die Zehn Hörner sind aus dem Vorgänger des Neo-Selokiden-Reichs entstanden, dem historischen Selokiden-Reich. Hier so formuliert, so aus dem Reich entstehen werden. Kurz nach ihnen kommt Damaskus auf, der andere. Die drei Könige, die er demütigt, sind meines Erachtens nicht eindeutig zuzuordnen, es könnten Edom, Moab und Ammon sein. Daniel 11, Vers 41 sagt, und er wird in das Werte Land fallen und viele werden umkommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Aber das ist eine Vermutung. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verstören und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit bezeichnet die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Genau genommen geht es hier also um diese zweite Hälfte. Danach wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrund vertilgt und umgebracht werde. Nach der 70. Jahrwoche wird das kleine Horn, das zum großen Horn, dem Antichristen wurde, umgebracht, vergleiche Daniel 11, Vers 45, und er wird den Palast seines Gezeltes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den Werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen. Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, das Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Das Reich wird der verherrlichten Gemeinde Jesu Christi gegeben werden. Alle weltliche Gewalt wird ihm, das kann der Höchste, aber auch das heilige Volk sein, dienen und gehorchen. Das war der Rede Ende. Aber ich, Daniel, ward sehr betrübt in meinen Gedanken und meine Gestalt verfiel, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Kapitel 16.5 Schlussfolgerung So oder zumindest so ähnlich könnte die Entwicklung in der Endzeit ablaufen. Schlüsseln wir die folgende Liste noch einmal um die zeitliche Komponente und um die Zuordnung zu den sieben Häuptern bzw. zu den zehn Hörnern auf. Dann folgt dem Buch eine Tabelle. Wenn wir die Struktur, die Daniel in Kapitel 7 aufzeigt, in Verbindung mit der politischen Situation zur Zeit des Ahas und Pekachs bringen, dann ergibt sich ein vervollständigtes Bild. Natürlich ist das, was wir in Jesaja 7 und 8, in Daniel 7 und in 2. Chronik 28 lesen, nur ein kurzes Auflackern endzeitlicher Strukturen. Es ist noch nicht die detaillierte Ausformulierung, wie wir sie später in der Offenbarung finden. Dennoch ähneln sich diese Strukturen sehr und könnten durchaus darauf hinweisen, dass sich eben diese antiken, politischen Wirren in der Endzeit wiederholen und zur gleichen Struktur führen, wie wir sie im Alten Testament und insbesondere in Jesaja 7 finden. Wenn aber die politischen Strukturen der Antike, wie wir sie jetzt sehen, so sehr denjenigen entsprechen, die am Ende der Gemeindezeit vorhergesagt sind, würde eine vollständige Übereinstimmung mit der Schrift und der Historie dann entstehen, wenn sich Israel, wie zur Zeit des Königs Ahas, in zwei Teile teilen würde, nämlich in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Sollte das tatsächlich der Fall sein, würde sich die biblische Prophetie in allen Details tatsächlich erfüllen. Nichts anderes sollte zu erwarten sein. Allerdings ist das Auseinanderbrechen Israels in ein nördliches und ein südliches Staatsgebiet eine Ableitung aus den vorstehenden Quellen und Bibeltexten. Eine solche Teilung ist weder in Daniel noch in der Offenbarung oder einer anderen mir bekannten Bibelstelle in der Bibel für die Endzeit eindeutig beschrieben. Was die Bibel sagt, ist lediglich, dass die Stadt Jerusalem in der Endzeit politisch isoliert wird, wie bei Ahas und wie bei Hiskia, wobei allerdings auch Propheten wie Zacharja und Joel, die deutlich endzeitliche Themen zum Inhalt haben, eine solche Teilung Israels in Ephraim und Judah für die Endzeit voraussetzen.